Servus, mein Name ist Michi Sieber, ich bin Country Sales Manager Deutschland bei Ortovox und ich habe heute den Traverse 40 mit dabei und den möchte ich euch heute gerne vorstellen. Mit dem Traverse 40 bekommt unsere Alpin-Serie jetzt einen großen Bruder und es gibt zusätzlich zu der 40 Liter Variante eben die Kurzversion in 38S, das heißt einfach wir haben hier ein kürzeres Rückensystem und eben auch kürzere Schulter- und Hüftgurte für Damen beziehungsweise auch den kleinen Herren. Wie bei den anderen Rucksäcken der Alpin-Serie kommt der Traverse 40 genauso wie die 38S Version mit dem Comfort Contact Back System, das heißt wir haben hier fünf luftzirkulierende Polster. In Kombination mit den Schulter- und Hüftgurten lassen sich auch schwere Lasten bei Mehrtagestouren angenehm tragen. Features wie eine Trinksystemvorbereitung, eine durchdachte Stock- und Skibefestigung sowie eine Regenhülle gehören bei der Serie zum Standard. Durch die zwei elastischen Seitentaschen und die Kartentasche ermöglichen wir einen noch schnelleren Zugriff auf Trinkflasche und Topo-Karte. In die zwei Hilftaschen lassen sich Kleinteile wie Handy oder Schlüssel einfach verstauen. Durch das separate Bodenfach und das große Frontfach bieten wir zusätzliche Verstau-Möglichkeiten. Die Ortovox Notfallkarte ist standardmäßig in allen Rucksäcken und Notfallprodukten integriert. Die Notfallkarte enthält alle wichtigen Informationen um eine optimale Versorgung für Ersthelfer und Bergretter zu gewährleisten. Der Traverse 40 als Mehrtagesrucksack hat ein sehr geringes Gewicht, üppige Ausstattung und wirklich guten Tragekomfort. Die zwei großen Traverse Modelle werden somit zum zuverlässigen Begleiter für Alpin und mehr Tagestouren.